Der Schlüssel zur Rettung Der Schlüssel zur Rettung Der Schlüssel zur Rettung Hat nicht geklappt, oder? Oder? Klappt das? Hä? Kann man nicht in Assassin's Creed irgendwie auf Bäume aufklettern diesmal? Na, irgendwie klappt das bei mir nicht. Weiß jetzt auch gar nicht, woran das liegen könnte. Ich werde versuchen... Ja, ja. Gehe ich schon. Ich werde versuchen, so wenig Leute wie möglich... Scheiße, die sind nicht mehr. Oh, oh. Ähm, so wenig Leute wie möglich zu töten. Versprechen kann ich das natürlich nicht. Weil ich liebe Töten. Vor allem in Assassin's Creed. Das ist... Also, ich liebe Töten ist jetzt... Au. Au, was war denn das? Ähm, ich liebe Töten war jetzt eine falsche Äußerung. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach so in Spielen... Äh, gerade so in solchen Spielen ist es so... Wenn du Leute auf eine stylische Art um die Strecke bringen kannst... Dann machst du das natürlich auch. Dann... Was ist hier denn los, ey? Das sind ja geile Animationen. Aber... Jetzt fülle ich leicht mein eigentliches Ziel. Was? Nichts, komm runter. Ah, 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 ah. Hopp. Wow, die sehen mich wirklich. Ist auch ein bisschen schwer hier. Ich habe so eine Vermutung, dass die die KI ein bisschen verstärkt haben. So, jetzt verstecken wir uns mal hier am Anhang. Hoffentlich werden wir nicht... Ah, okay. Mist. Hier sind ein Assers... Ah, Moment. Guck da so eine... Ah, okay. Meine Vermutung lag... Doch, nicht richtig. Ich brauche irgendwas zum Verstecken, da hinten. Ah, jetzt kann ich mich aber nicht verstecken, weil die hinter mir sind. Ist natürlich jetzt ganz blöd. Ah, lauf, 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 lauf. Komm, 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 komm. Und um die Ecke. Jetzt bräuchte ich aber langsam wirklich aus dem Verstecken. Komm. Ich sehe gar nichts. Die Karte... Ich sollte mal auf die Karte achten, aber die Karte sagt mir gerade auch gar nichts. Oh, da hinten. Da hinten, komm schon. Solange die mich nicht sehen. Puh. Okay, er hat mich gesehen. Au. Okay, 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 okay. Er ist auf dem Weg. Oh mein Gott. Ist das überhaupt möglich, hier jetzt unentdeckt zu werden? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Hör doch auf zu schießen, ich hab gar nichts getan. Einen Typen getötet. Oh, oh, das war nicht so geplant. Vorne. Ach nein, Scheiße. Komm schon. Das war knapp. Das hat aber jetzt gedauert auch. So, jetzt aber wieder zurück. Na komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Um dein Leben. Dann nach vorne muss ich noch weiter, Leute, irgendwie beschatten, damit ich Informationen aus ihnen bekomme. Ach, das sind sogar welche, die unterwegs sind. Ja, Scheiße, es unterbricht. Ah, bye. Keine Belauschung scheitern. Shit. Okay, das habe ich jetzt nicht geschafft, das tut mir leid. Ich werde jetzt die Mission noch nicht von vorne beginnen, um das Ganze hier... Ich mache ja kein Perfect Game. Ich versuche das Spiel natürlich so gut wie möglich zu meistern, aber ich kann für nichts garantieren. Doch, sie schickten mich weg, sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben Sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nicht schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es sich doch ernster war, als Sie zugaben. Wohin brachten Sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Vor. Hm. Unentdeckt bleiben. Okay. Oh, oh, oh. Ach, das ist ja ein Kollege. Ich müsste total vergessen. Seht ihr, Charge? Wir werden Charge schnell finden. Wie ich gesagt habe. Ja, lieber Charge. Aber... Wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen... Ja, ja. Zuerst will ich den Falken hier, weil ich will den Aussichtspunkt haben. Aber auf dem war ich noch nicht. Und ich möchte den aber gerne haben, weil... Ist doch bei mir... Warnung nah bei den Verbündeten bleiben. Komm schon. Komm schon. Wenigstens, wenn wir das noch spielen. Ähm. Weil ich habe jetzt bei Assassin's Creed, bei jedem Teil, habe ich immer alle Aussichtspunkte gesammelt. Ich liebe das einfach. So, er ist jetzt dort unten. Dann können wir ohne Problem einfach hier runter. Schupp, sind wir wieder in seinem Leben. Hallöchen, Charles. Wahrnehmung ist Frau und Töne. So aus dem Weg jetzt. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern. Steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Ja, wir sind die Assassinen. Ich bin auch einer übrigens. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihm vorbeischleichen. So, das hoch. Hier geht es noch. Aber da. Okay, ich sehe schon auf der Karte die ganzen roten Punkte. Ähm. Ach, das ist im Busch. Das ist auch cool. Wohin denn? Ich bin hier. So, du wartest am besten hier. Und ich mache das auf eigener Faust, weil ich kann dir irgendwie nicht trauen. Hm, 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 hm. Oh, ich glaube, die kommen. Oh, ich glaube, die kommen. Ist es okay, wenn sie ihn sehen? Oder dürfen die nur mich nicht sehen? Ach, die drehen ihre Runde. Okay. Dann wollen wir mal nach oben. Ha, hopp, 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 hopp. Muss nur gucken, dass auf den Dächern niemand ist. Oh, oh. Ah, scheiße. Stimmt ja. Hey, komm, Kollege. Ah, Mist. Jetzt muss ich doch runter. Dann los. Komm mal mit. Das wird jetzt... Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Okay, ich könnte mich da nach hinten stellen. Aber die gucken die ganze Zeit hier in die Richtung. Oder wir könnten uns in die Ecke da klemmen. Also, rein. Ich bin doch vor dir verschwunden, Mann. Aber wo? Idiot. Okay, das war knapp. So, du bleibst mal hier. Und ich guck mal, wie weit ich komme. Ah, ich denke, das wird nichts. Ich denke, das wird nichts. Ich muss ihn irgendwie hier herschleusen. Gut. Ah, scheiße. Nein. Oder? Habe ich es noch geschafft? Versteck mich mal, lieber. Ich könnte auch die Wachen natürlich ausschalten. Die da vor allem. Die, wo mich dann so ein bisschen nervt, da unten. Ja, genau der. Der nervt mich ein bisschen hardcore. Moment. Vielleicht kann ich ihn ja doch ausschalten. Ach, da sind auch noch zwei. Mist. Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Ist doch blöd, dass ich ihm nicht von hier oben Befehle geben kann. Das wäre natürlich ganz praktisch. Geht nicht. Moment, Moment. Ich versuche mal was. Ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ansonsten wäre das natürlich ein bisschen ärgerlich. Ärgerlich. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Der sieht mich nicht Oh 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 mein Gott Bitte Bitte nicht Geht doch wieder einfach Bitte geht doch Ja nicht bewegen Scheiße 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 Ich sitze ordentlich in der Klemme Na macht schon Hallo Geht doch wieder Oh Das ist nicht euer Ernst jetzt oder Aber ich habe so ein Gefühl Dass sobald die sich irgendwie umdrehen und gehen wollen Dass mindestens Einer von den beiden mich sieht Und dann Ja dann Habe ich das optionale Ziel schon Quasi Verkackt Sozusagen Frage ist nur Ob die überhaupt gehen Weil die bewegen sich kein Stück Hallo Geht doch mal jetzt Es sind jetzt nicht euer Ernst Oder Ihr wolltet nicht die ganze Zeit da bleiben Also komm Wenigstens das optionale Ziel will ich schaffen und entdeckt bleiben Ja ich bin aber auch hier reingekommen Ich dachte es geht hier noch oben Ich habe das Dach gar nicht gesehen Zwei auf einmal kann ich leider auch nicht ausschalten Das ist nicht euer Ernst Hallo Was Was Ähm Okay Entscheint folgen die mir Ähm Okay Sind das meine Leute Nein Äh die verfolgen mich wirklich Wie krass ist das denn bitte Komm mit Wir suchen uns einen anderen Weg Die Nerven Mist An denen komme ich auch nicht vorbei Gut Lubu Lass dir was überlegen Lass dir was einfallen Nicht überlegen Mein Deutsch Kack grad ab Also ich kann mein Brain nicht gleichzeitig Aber das ist jetzt so ein bisschen ärgerlich natürlich So gehen wir mal wieder da hin So Die laufen ihre Patrouille So dann kann ich ihn hier in Ecke platzieren Das sollte glaube ich reichen um da hinten hin zu kommen Oh hier ist ja einer So warte mal hier Kollege Oh Ach der Baum wäre jetzt ziemlich praktisch Moment Vielleicht kann ich ja einmal über das Dach Ah das war nicht gut Oder? Hat das geklappt? Ist das jetzt Ne ne Unentdeckt bleiben Ist immer noch Also anscheinend hat's geklappt Oh oh Ah das wird knapp Zu gesperrt Ich muss den Schlüssel suchen Wartet hier Schön 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 Halten sie in der Nähe Ja das Das muss ich gucken Ach Mist Wie soll ich denn an den da hinten rankommen? Vor allem unentdeckt noch bleiben Ihr habt ja gut reden Alles wird bewacht Dann gucke ich erstmal nach dem da oben Wow Okay Treppe 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 Äh Leiter meine ich Oh oh Knapp knapp Nach oben Komm Oh oh Da könnte er mich Eventuell Sehen Oh scheiße Ey das ist aber auch schwer Na gut Das ist jetzt egal Hatte der ihn? Ja der hatte ihn sogar Klasse Na gut Bin ich noch nicht so ganz erfahren Halt mit dem Spiel Das ist ja auch schön Das hätten wir dann Warum musst du denn immer alles so schwer machen Benjamin Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen Ich zahle nicht für Schutz Ich zahle nicht für Schutz Ich zahle nicht für mich Ach ist doch hier Benjamin Franklin Du brauchst eindeutig unseren Schutz Sonst wären wir nicht hier Das ist ekelhaft Also Was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht Die Hände ab Dann wäre es essig mit der Chirurgie Oder Seine Zunge Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel Oder Ich schneide ihm den Schwanz ab Oh Piste uns nicht mehr ans Bein Drei Möglichkeiten Ich kann mich nicht entscheiden Mach halt alles Einen Moment Silas Vielleicht habe ich Eben etwas hastig abgelehnt Es tut mir so leid Benjamin Aber diese Tür ist jetzt zu Sei vernünftig Silas Oh Ich glaube das war ich Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten Ich fürchte mein Magen verkraftet es nicht So eine Barbarei zu sehen Gib Bescheid wenn es vorbei ist Cutter Das beräuscht du Seilis Hörst du? Das kostet deinen Kopf Nein Das glaube ich wirklich nicht Wow Hat er mir jetzt die Nase abgeschnitten Oder durchgeschnitten Gut Komm Einen knallen wir ab Ich übernehme den Was? Benjamin Church wurde getötet Okay Vielleicht darf ich keinen Lärm erzeugen Na gut Ich werde mir ein paar Trophäen nehmen Das ist völlig wahnsinnig Die allerrichtigen Künstler Nur ein kleiner Schnitt Und keine Ohren mehr Niemand schneidet hier Oh Wer seid ihr? Ethan Kenway Zuhause im Dienst Aber ich verstehe nicht Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück Mr. Church Ich werde alles erklären Und der eine denkt Er ist tot Tja War wohl nichts Du bist der Nächste Sequenz 2 Der Chirurg Beendet Leider nicht Geschafft Für die volle Synchronisation Aber Hey Ich mach doch gar nichts What the fuck Na warte Du im Tuch Dich merk ich mir noch So Gut Dann würde ich sagen Das war es erstmal Für Assassin's Creed Für heute Und Danke fürs Zusehen Für einen Daumen hoch Würde ich mich natürlich freuen Feedback Immer wieder Bis zum nächsten Mal Euer Lugu E E E E